Am Ostersonntag waren in Kampen die Osterhasen los. Der Ostereierlauf im Strönwei gehört mit zu den beliebtesten Veranstaltungen für Kinder auf Sylt. Die Kampener Gastronomen steigen dabei traditionell in Hasenkostüme und spendieren jede Menge Süßkram. Bei Traumwetter gingen die Kinder mit Ei und Löffel auf die Rennstrecke, die gesäumt war von den Eltern und hunderten Zuschauern.